Eine sanierte 2-Zimmer-Mesonet-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Kassel-Harleshausen. Das Objekt verfügt über einen Balkon und eine Einbauküche. Die Kassel-Mesonet-Wohnung ist hier. Die Mesonet-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 69 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Mesonet-Wohnung beläuft sich auf 685 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Auf Wiedersehen.